So, da sind wir wieder zurück zu West Level 4. Nach unserem wunderbaren kleinen schwarzen Bildschirm, der ja nicht nur war, damit ihr uns beiden quasi nicht zugucken konntet, geht es jetzt auch schon direkt weiter. So, na gut, jetzt war Spaß beiseite. Jetzt hoffen wir auch mal, es hängt sich nicht wieder auf, dass das jetzt gut ist. Also ich lese es jetzt nicht noch mal vor, weil es habe ich nur in der letzten Folge ja gemacht. Deswegen springen wir es jetzt auch mal. Jetzt mal ganz kurz, habe ich nie alles notiert so weit? Ja, toll, super, ne? Über sieben Schuss, dafür haben wir noch 24, 13, super. Super, super. Heilen müsste ich mich eigentlich auch mal wieder, ne? Ah, es lohnt sich aber eigentlich gar nicht wirklich, ne? Na, ich lass es mal so. Na komm, weiter geht's. Was ist die News von unserem Freund, Leon? Er ist nicht einfach zu machen. Die Sample? Sadler hat es. Es scheint, er hat sich aus unserer kleine Spiel. Perfect. So wir verstehen uns doch klar, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, auch Wesker. Wenn du etwas zu machen, ich werde dich töten. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. So, oh, hat sich nicht aufgang? Sehr schön. Jo, dann geht's mal weiter. So. Ich höre euch doch jetzt schon wieder. Was? Warum bin ich nicht voll? Ich komme ja schon. Papa kommt ja schon. Da setzt es ein paar. Da kommen wir ja. Das testen wir mal unsere. Keine Ahnung, ja. 47, ja. Keine Ahnung, wie heißt. Jetzt kommt der Meier durch. Tu zu allem mal. Gefallen, komm endlich mal da raus. Ach, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Alter. Hier, da. Was ist das denn? Ja, 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 ja. Hey, du komm, los. Die hat ja Wumms. Ach, das ist ja. Komm her. Da habe ich nicht voll. Mal starten, ja. Boah, auf jeden Fall die Flexion. Auf jeden Fall. Die ausrüsten. So. So, das reicht nämlich auch. Was nehmen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen, ich nehme mal die hier. So, tut doch nicht. Ja, ne. Wo bist du denn? Uah. Wo bist du denn? Uah. Ich habe die gar nicht gesehen, Alter. Du willst doch nicht. Komm her, ne. Ich will gucken, warum macht das. Ach. Da oben ist der. Komm her, los. Da habe ich nicht nur eine Scheiße voll. Boah. So. Ja, ja, komm, in die Klöten. So. In die Klöten ist immer gut. Ich gucke nur, ob hier nicht irgendwas rumliegt. Okay, hier sind verschiedene Türen. Tut doch nicht. Ja. Ich sehe jetzt was auch nicht. So. Oh, schön. Na toll. Wer nicht, oder was? Sagt er nicht irgendwas eben? Ach, das sieht doch so aus. So, komm her. So. So, wir fahren mal nach da. Gut. Welche nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir mal die hier. Das will ich gar nicht. So, ich bin nicht lang. Okay, also. Wo wird die mal? Was heißt da links können wir dann? Oder rechts von mir runter gehen. Rechts können wir dann rein? Und da, wo ist es. Oh, schön. Ich werde gerade nehmen, ja. Nichts sonst. Da, nichts was. Bisschen armselig, ey. Doch, gar nichts, ne. Doch, da. Ne, das ist da. Weil toll, weil die Tür. Super. So, was war denn da jetzt? Äh, außer das? Nix. Ich will mich gar nicht wissen, wie viel ich eigentlich schon ver... äh, also verpasst haben, übersehen habe. So. Okay, da können wir hoch. Oh, direkt aus. Die sind einfach mal hier so rum, ne? Klar. Bei wem finde ich das nicht einfach mal so rum. Ähm. Entschuldigung. Ich sage, dann geht es mal los, ne? Dann Hochball. So, ob es Kärzchen gucken. So, ich gehe ja so rum. So, ja. So, ich mache das. So, ich gehe ja. Und dann gehe ich ja so rum. So, ich gehe ja. Ja. So, ich gehe ja. So, ich gehe ja. So, ich gehe ja mal hier. Ausgewichen, ja, schön. Hey, mein Blut. Was bist du überhaupt für ein Spast? Ich kenne die Blut. Krauser. Ich habe zwei Jahre vor dem Crash geworfen. Ist das, was sie dir gesagt haben? Du bist derjenige, der Kissen hat, Ashley. Du hast es schnell gemacht, wie erwartet. Nachdem alles, du und ich beide wissen, wo wir kommen. Oh Gott. Ich habe es schnell gemacht. Was willst du? Was? Die Sample Sadler hat sich entwickelt, das ist alles. Lass Ashley aus. Oh, ich brauch sie, um die Sadler zu kaufen. Vertraue mich, wie du, ich bin amerikanisch. Du hast sie nur für das involviert? Was jetzt? Oh, komm schon, Leon, das kannst du doch besser. Für Umbrella'. Oh. Umbrella? Ich sie wohl listen. Gut, Alter. Ich hab doch gedrückt wie so ein Berserker. Sorry Leon. Spawnst halt nochmal neu. So den ganzen Kampf nochmal machen, ne? Du hast sie nur für das involviert? Was? Was kommt schon? Steh auf Leon, steh auf Süßer, komm schon! Alles für die Umbrella. Eine Umbrella? Ich lasse es fast schlafen. Enough talk. Geh, comrade! Ah, ich, 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 ich... 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 Keine Ahnung wie, aber ich hab's irgendwie geschafft. If it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? I don't believe you, you pfeiffer. You're here? Maybe some other time. Eh, what are you doing? Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment perhaps. Enjoy the fun. The title is on Stephen King's show. What is this? So long, i don't know. Is there anything else here? Yes, I love it.